Der Moment, wo ich die Brille abgenommen habe und plötzlich der ganze Raum voll war, wo ich die aufgezogen habe, waren hier fünf Leute. Und du bist einfach in einer komplett anderen Welt die ganze Zeit. Wahnsinn. Ich habe es unterschätzt. So lange du was hattest, wo du dich mit beschäftigen konntest, war es super. Aber wenn du dir irgendwie die Quest ausgegangen sind und du einen Schritt in der Aufgabe hattest und dann war es irgendwie nachts um fünf, dann hat es schon gezogen. Ich denke, wenn du dich wirklich genau vorbereitest, kannst du das nur mehrere Tage machen. Ja. 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 Ja.